Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Ich kann euch jetzt nicht mehr so gut sehen, aber ich habe gerade beim Ankommen gesehen, dass es auf jeden Fall sehr voll ist. Ich freue mich ganz besonders auf das heutige Thema. Die Frage heute ist eine ganz kleine Frage, nämlich kann man sich eigentlich ändern? Wir sprechen heute mit meinem Gast Philipp Schlaffer über seine Ausstiegserfahrung aus dem Rechtsextremismus. Philipp, du bist ein Gast. Dich muss man eigentlich gar nicht wirklich vorstellen. Und ich glaube, die Erfahrungen, die du erzählst, sprechen einfach für sich. Ich glaube, ich muss gar nicht viel über dich sagen. Beziehungsweise du wirst es auch ein bisschen selber tun. Philipp hat unter anderem ein Buch geschrieben, was er auch dabei hat. Ihr habt die Möglichkeit, das einfach im Anschluss heute auch bei ihm zu erwerben, vielleicht unterschreiben zu lassen, signieren, heißt es, glaube ich, bei Büchern, und mit ihm in Austausch zu kommen. Genauso wie es jetzt vorher Getränke gab, gibt es auch eben immer nach der Veranstaltung Getränke und die Möglichkeit, noch hier zu bleiben. Es ist ja auch schönes Wetter, zumindest war es gerade eben noch. Das heißt, ihr könnt auch ein bisschen draußen sein, wenn ihr wieder Sauerstoff braucht, und noch ein bisschen weiter schnacken. Wir würden uns sehr darüber freuen, euch ein bisschen kennenzulernen, eure Themen, eure Gedanken, eure Meinungen. Bevor es jetzt losgeht, noch ein technischer Hinweis, wie ihr sehen könnt und wie auch ausgeschrieben wird, wird die Veranstaltung heute gefilmt. Das betrifft, wir nehmen Bilder von der Bühne auf, aber eben auch Töne, also wenn ihr Fragen stellt, wird auch eure Wortmeldung mit aufgenommen. Die Veranstaltung wird nämlich hinterher immer auch auf YouTube gestellt. Da gibt es unsere anderen Veranstaltungen auch zum Nachschauen. Einfach, dass ihr informiert seid. Wir filmen euch nicht so, dass man euch erkennt. Wer trotzdem Sorge hat, irgendwie darauf zu sehen zu sein, oder was im Publikum gesagt hat, was hinterher nicht veröffentlicht werden soll. Geht einfach gerne auf meine KollegInnen zu. Unter anderem, genau, super, hebt gerne die Hand. Also wir sind da gerne ansprechbar für. Dann gibt es noch einen Hinweis, den ich gerne loswerden möchte, bevor wir jetzt richtig einsteigen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir möchten das Thema Ausstieg und vielleicht auch ein bisschen Einstieg in rechtsextreme Strukturen behandeln. Und wir haben uns überlegt, wen fragen wir dafür? Mit wem reden wir dafür? Und wir haben zum einen Philipp eingeladen. Und ursprünglich war die Idee, dass wir auch ein Ausstiegsprogramm, also jemanden, der professionell darin trainiert ist, Menschen im Ausstieg zu begleiten, mit einzuladen. Dann haben wir festgestellt, wenn man so eine Veranstaltung filmt, das sind meistens Menschen, die dürfen nicht mit ihrem Gesicht im Internet sein. Das heißt, heute sprechen wir nur mit Philipp. Und dazu ist es ganz wichtig, immer einen Blick zu haben. Wir sprechen über Philipps persönliche Erfahrungen. Es ist nicht möglich, darauf Schlüsse zu ziehen für alle Menschen, die entweder im Rechtsextremismus sind, waren oder sein werden. Das heißt, die Aussagen heute sind immer sehr individuell. Ich finde es total wertvoll, auch so einen individuellen Einblick zu bekommen. Aber passt auf, dass ihr darauf eben nicht Rückschlüsse auf alle Situationen zieht. Wir werden zusätzlich zu heute Podcast-Aufnahmen machen mit Ausstiegsprogrammen. Das heißt, das Thema wird von verschiedenen Perspektiven behandelt. Die Menschen bekommen auch das Video von heute vorher zu sehen, um eben auch auf Fragen heute reagieren zu können. Das heißt, wenn ihr sozusagen so einen richtigen Rundumblick auf das Thema haben möchtet, würden wir euch sehr raten, jetzt im Herbst unsere Podcast-Folgen auch anhören zu können oder anzuhören. Also ein bisschen Eigenwerbung auch mit dabei. Ich glaube, das war genug von meiner Seite. Ich möchte Philipp die Möglichkeit geben, das machen wir nämlich immer am Anfang, normalerweise haben wir mehr Gäste, einmal mit einem eigenen Statement einzusteigen. Also irgendwas, was dich gerade bewegt, was du gerade auf dem Herzen hast, ohne dass ich dich danach frage. Du hast ein paar Minuten Zeit, etwas loszuwerden und danach steigen wir mit Fragen ein, die ich mitgebracht habe und nach der Hälfte gehen wir über zu Fragen, die ihr vielleicht mitgebracht habt. Also schön, dass ihr da seid und erst mal ein herzliches Willkommen an Philipp. Danke schön, danke schön erst mal. Ja, moin Leute. Okay, danke für die Begrüßung. Dankeschön, sehr herzlich. Ja, was mich so bewegt, sind eigentlich sehr private Themen gerade. Mein Hund ist krank, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich bin heute zu einem anderen Thema da und zwar 20 Jahre lang in meinem Leben war ich Täter und als ich für mich beschlossen habe, dass ich weiß, dass ich einen Dachschaden habe, dass ich das Problem bin, dass ich das Übel in die Welt getragen habe, habe ich mich mit großen Fragen umhergeschlagen. Eines der Hauptthemen, mit denen ich mich rumgeschlagen habe, war natürlich einmal Nazi, immer Nazi. Das ist eine Sache, die mich schwer belastet hat und das mag jetzt jemand nicht falsch verstehen. Ich habe heute nicht den Rahmen, hier über meine Opfer zu sprechen. Ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt, aber das ist, glaube ich, heute nicht das Thema. Aber natürlich war ich auch bei mir und habe mich gefragt, okay, wird Gesellschaft mir wieder eine Chance geben? Das war die erste Frage bei meinem Gefängnis-Psychologen. Ja, keine Überraschung, ich war im Gefängnis. War das mit die größte Frage, wird Gesellschaft mir noch eine Chance geben? Und mit den Dingen, die ich getan habe, bin ich noch mal liebenswert? Kann ich noch mal geliebt werden? Darf ich wieder glücklich werden? Und das war mit die größte Sorge in meiner Veränderung, dass mir wieder die Hand gereicht wird. Und ich bin da sehr skeptisch rangegangen und habe gedacht, ich würde so jemand wie mir auch nicht die Hand geben, weil ich einen sehr großen Selbsthass hatte. Ich muss aber sagen, das hoffentlich macht auch Mut, dass ganz viele in der Gesellschaft mir die Hand gereicht haben. Es war ein minimaler Prozentsatz, der gesagt hat, ich möchte nicht mal dir die Hand geben oder mit dir sprechen. Das war, das gebe ich auch heute als Botschaft raus für die vielen Menschen, die sich verändern wollen. Das ist wichtig, dass sie wissen, wenn du zurück möchtest, dann darfst du zurück. Das ist auch wichtig, wer zum Grundgesetz steht und zum Rechtsstaat steht, da ist die zweite Chance verankert. Das klingt jetzt sehr juristisch, dass man sagt, man hat seine Strafe abgesessen und dann ist man erstmal grundsätzlich rehabilitiert. Das ist aber, das ist so rational und das befriedigt auch den Täter nicht, wenn man sich wirklich verändern will. Und wir haben ja vorher geskypt, gesumt oder was weiß ich gemacht, haben wir so ein Programm und dann wurde ich gefragt, ja was soll es denn mit dem Impuls gehen? Und ich habe gesagt, es gibt eine Faszination und einen Mythos Rechtsextremismus. Rechtsextremismus funktioniert. Das ist leider so, aber mit dem Zusatz, er funktioniert kurzzeitig. Der hat was bei mir befriedigt und ich bin auch nicht in den Rechtsextremismus reingerutscht. Da lag nicht eine braune Bananenschale und habe mich ausgerutscht und habe gesagt, jetzt bin ich ein Neonazi. Sondern ich habe, bei mir wurden Weichen gestellt oder einen Boden bereitet, dass es auf fruchtbaren Boden fallen konnte. Und es war bei mir so, dass besonders die Suche nach einem Weltbild und ganz krass die Suche nach einer Gemeinschaft, wo ich gesehen werde und gehört werde. Und weil meine Schule schlecht lief, die Verbindung zu meinen Eltern und besonders eine hasserfüllte Verbindung zu meinem Vater damals war, habe ich nach väterlichen Figuren, ich habe nach einer hypermännlichen Szene auch gesucht. Ja, das wird auch da befriedigt und ich habe gedacht, okay, und ich habe kurzzeitig das bekommen, ja, ich werde gesehen, jetzt bist du elitär. Ich habe Anerkennung bekommen und auf einmal Rücken, wir sind durch die Stadt gegangen, ich habe mich optisch verändert. Und das hat mir eine lange Zeit sehr viel gegeben, das muss ich sagen. Und die Politik und der Hass, der ist mitgebracht worden. Aber das, was wir auch heute sehen bei Rechtsextremisten und so, wie es bei mir auch gemacht wurde, da wird teilweise Jugendsozialarbeit gemacht. Ja, dass gesagt wird, Mensch, du weißt nicht, wo du hin kannst, komm, am Wochenende grillen wir. Ach, wenn du keinen Euro hast, komm, wir haben eine Kiste Bier, hier gibt es Bratwurst und im Keller machen wir sogar Boxtraining. Und das hat auch bei mir funktioniert. Ich habe kurzzeitig eine Heimat bekommen. Das habe ich bekommen. Und diese ganzen Versprechen, an die habe ich auch geglaubt. Ich habe auch zwischendurch nicht gezweifelt. Also das ist auch so eine Frage, die häufig kommt, hast du darin gezweifelt? Nein, das habe ich nicht. Und wenn es bei mir geht, dann fragen die Menschen ganz häufig darum, okay, was war der Bruch? Ja, also wo ist dieser Tag? Das würden Leute gerne so als Einmalerlebnis haben. Das war es auch nicht. Ich habe nach, schon nach sehr kurzer Zeit, habe ich erkannt, wir sind nicht die Guten. Natürlich werben Rechtsextremisten damit, wir sind die Guten. Wir kämpfen für Deutschland, wir kämpfen fürs Volk, wir kämpfen für Wohlstand und so weiter. Das habe ich auch schon in jungen Jahren dann erkannt, dass ich gesehen habe, okay, wir sind die Bösen. Wenn wir irgendwo hinkamen und das, was wir verbreitet haben, war Hass. Und war es dann so für mich, dass es nicht dieses eine Erweckungserlebnis gab, also ich habe jetzt nicht einen Flyer bekommen von irgendeinem Ausstiegsprogramm, und gesagt, geiler Flyer, gut gedruckt, toll Demokratie. Ja, ich bin auch nicht nach Hause gegangen und da hing ein Spiegel und dann bin ich dran vorbeigegangen und habe mich im Spiegel gesehen und habe eine Selbstreflexion gemacht und habe gesagt, Philipp, was ist aus dir geworden von dem Kind, der früher Lego gerne gespielt hat. Sondern es war das, und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und die vielen, vielen Rechtsextremisten, mit denen ich heute in Kontakt stehe, die aussteigen wollen oder ausgestiegen sind, Rechtsextremismus enttäuscht irgendwann auf jeden Fall. Ich habe keinen kennengelernt und auch ich selber, es ist ein Leben, das geflastert ist mit menschlichen Enttäuschungen und damit zeige ich auch nicht den Finger auf andere Kameraden und sage zu denen, die waren alle böse zu mir, sondern ich war vorneweg der Oberbastard. Ich bin heute hier, um direkte Sprache zu machen, das müssen leider alle abkönnen und es geht um menschliche Enttäuschungen. Ich habe teilweise mit Menschen zu tun gehabt und auch bei mir, wir haben nichts mehr auf die Kette bekommen. Wir haben nach außen gedacht, wir könnten ein Land, Europa oder die Welt regieren, wir könnten hier nicht mal in dem Stadtteil die Müllabfuhr organisieren. So einfach wäre das gewesen und es war genau so, dass was nach außen gesagt wird, ich habe selten eine Szene kennengelernt habe, in der ich so lange auch war, die so doppelmoralisch unterwegs ist. Ja, auch dieser Kampf gegen Kapitalismus angeblich und alle diese Werte, die da vertreten sind, die leben die einzelnen Menschen nicht aus. Das wird nach außen getragen und das erkennt man irgendwann, aber das Problem bei dem Ausstieg ist, dass ich auch als junger und auch als älterer Rechtsextremist nachher, ich hatte nichts anderes in meinem Leben als das. Andere hier im Publikum, die haben vielleicht dann ihre Familie, die haben ihre Arbeit, die haben noch Vereine, die haben Freunde, die kriegen aus ganz unterschiedlichen Bereichen Impulse. Ja, dass man auch sieht, Veränderungen und Unterstützersysteme, wenn ein System mal wegbricht, sind trotzdem noch die Freunde da oder der Verein und so weiter. Aber Rechtsextremisten haben meistens nur das eine und das macht es so kompliziert, dieses eine aufzugeben, weil man alles andere nicht mehr hat. Und das ist die Sorge, wenn ich das aufgebe, was bleibt dann? Dann bin ich gar nichts mehr und dann auch Gesellschaft gibt mir dann keine Chance mehr und deswegen war mein Ausstieg davon geprägt von vielen, vielen Erlebnissen, die ich nachher nicht mehr verkraften konnte. Das, was ich mit 20 verkraften konnte, konnte ich nachher mit 25, 30 nicht mehr verkraften und deswegen gibt es kein richtiges Erweckungserlebnis, sondern es ist grundsätzlich, dass der Rechtsextremismus enttäuscht hat. Es ist leider, die Geschichte ist leider so, ich habe nicht drüber nachgedacht, was das Weltbild und so ist, sondern es ging erst mal darum, dass ich menschlich enttäuscht war von mir, von allen drumherum und da war mir klar, ich muss irgendwie daran arbeiten und ich möchte da unbedingt raus und es war in meinem Leben die beste Entscheidung nach dem Hochzeitsantrag meiner Frau, also an meine Frau. Danke dir für den Einblick. Ich habe das Gefühl, du hast schon einen guten Rundumbogen zu den Themen des heutigen Abends geschlagen. Ich habe mal dich sagen hören in einem Video wahrscheinlich, dass das Gefängnis eine große Rolle gespielt hat in deiner Möglichkeit, auszusteigen. Magst du davon was zu erzählen? Also welche Rolle hat das Gefängnis gespielt? War das besonders wichtig für dich? Ja, also das ist natürlich ein schöner Gedanke, wenn der Staat sagt, okay, wir stecken die Leute ins Gefängnis, dann werden sie deradikalisiert. Das halte ich für fehlerhaft, weil wenn jemand sich deradikalisieren möchte und aussteigen möchte, der Impuls muss aus einem selber kommen. Man muss selber erkennen, ich bin das Problem. Ich habe mich verirrt. Bei mir hat das Gefängnis in dem Fall geholfen, weil ich erstmal abgekapselt war von meiner Gruppe und von dem Input. Ich konnte mich zurückziehen in meine Zelle. Ich bin im Gefängnis auch Buddhist geworden. Ja, das ist, ich weiß, das wäre komisch, aber ich bin Cherrypicker-Buddhist. Und ich habe dann diesen Raum genutzt, als wenn das ein buddhistischer Retreat ist. Also ich wusste, jetzt kann ich diesen Raum auch nutzen, um diese Veränderung voranzutreiben. Ich habe beispielsweise das erste Jahr im Gefängnis meinen Spiegel mit dem Handtuch abgehängt, weil ich mich nicht im Spiegel ertragen habe. Ich hatte einen riesen Selbsthass und ich hatte auch das erste Mal Lebenslust verloren. Ich bin eigentlich eine sehr lebensfrohe Person jetzt wieder und ich liebe das Leben, aber das auch über sich selber zu erkennen, war dann schon kritisch. Und da habe ich gemerkt, okay, ich schaffe das auch nicht allein in einem Selbststudium über Bücher. Und da habe ich dann wirklich um Hilfe gebeten, als erstes bei Kai Gau, der Psychologe, damals in der JVA Stralsund und bei meiner lieben evangelischen Pastorin Frau Bauer-Ohm und habe denen Briefe geschrieben und habe sie um Hilfe gebeten. Weil in meinem Vollzugsplan stand drin, einer Person wie mir kann man nicht helfen, wegschließen und wieder entlassen irgendwann. Und das heißt, wenn das im Urteil so drinsteht, dann sind dafür keine Fördermittel im Gefängnis da. Das heißt, ich musste wirklich darum bitten, in Briefen ans Justizministerium, dass ich Maßnahmen kriege zur Behandlung. Und da war das für mich wirklich so, dass das unglaublich war. Ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir alle mal beim Psychologen wären. Das ist eine gute Sache. Und ich habe das auch gemerkt, was das mit mir gemacht hat. Das Gefängnis waren die Ersten, die mir das wirklich beigebracht haben, diese Menschen, die ich da kennenlernt, zu sagen, du hast ein Recht auf Veränderung und wir arbeiten mit dir. Und das war wirklich Schritt für Schritt über die Jahre, die ich dann dort verbringen durfte oder musste, war das sehr, sehr wichtig, überhaupt diesen Impuls von denen zu kriegen. Das heißt, das, was dir in dem Moment am meisten geholfen hat, hat es therapeutische Begleitung? Oder was war so der Moment, wo du das erste Mal das Gefühl hattest, dir hört vielleicht jemand in dem Wunsch zu oder es glaubt auch jemand anderes daran, dass du dich verändern kannst? Also es war ein Misch daraus. Ich war in der schönen Lage, dass auch meine Familie gesagt hat, wir begleiten dich dabei, wir sind für dich da, wir lassen dich nicht fallen. Aber es war halt ganz wichtig, überhaupt, dass jemand sagt, ja, ich glaube an dich, ich erinnere mich an, ich erinnere mich, wie meine Eltern zum Besuch kamen im Gefängnis, meine Mutter hat geweint und dann hat sie draußen gesagt, sie hat die Pastorin draußen getroffen und die Pastorin hat zu meinen Eltern gesagt, um ihren Jungen zu kämpfen, lohnt sich. Das macht mich bis heute ganz emotional, weil da hat jemand mit dir gearbeitet, hat das gesehen und hat gesagt, ich sehe jetzt nicht nur diese raue, tätowierte Nazi-Schale, sondern da ist ein Mensch drin und das waren so die ersten Dinge, wo ich gesagt habe, okay, da gibt es jetzt wirklich Menschen, die das gut mit mir meinen, ohne dass sie einen Vorteil haben. Ich war mein Leben lang ein Netzwerker, der immer darauf geachtet hat, welchen Vorteil habe ich, wenn ich mit den und mit den Menschen was mache. Und das waren Menschen, die einfach gesagt haben, ich möchte dir helfen, ein besserer Mensch zu werden und dann war ich auf einmal hochmotiviert, um auch zu zeigen, ich möchte das auch wirklich, ich möchte das. Du hast ja am Anfang gesagt, dass du dir selber nicht mehr sicher warst, bist du überhaupt jemand, der ist liebenswert, der sich verändern kann. Hast du dir selber in dem Moment vertraut oder gab es so irgendwann, also wie hast du sozusagen das Vertrauen in dich zurückgewonnen? Boah, das hat lange, lange gedauert. Also es hat mit Sicherheit im Gefängnis, die ganze Zeit hatte ich ein Mini-Selbstbewusstsein, auch kurz nach dem Gefängnis immer noch ein total Mini-Selbstbewusstsein, weil ich auch, ich habe ja mein ganzes Leben auch zusammengetreten mit den Füßen und es war ein Prozess, zumindest war es erstmal wichtig, das zu lernen, auch mir selber zu vergeben. Ich weiß, ich höre jetzt hier so Genuscheln, nein, höre ich nicht, aber der eine oder andere denkt so, ja, was ist mit den Opfern? Ich weiß, das war der erste Prozess. Ich habe angefangen, im Gefängnis Briefe zu schreiben an meine Opfer, ich habe mich mit Opfern von mir getroffen und es ging aber darum, dann erstmal viel mehr kann ich mir selber verzeihen und das war die schwierigste Reise, das auch irgendwann zu sagen, okay, ich lasse das jetzt irgendwie auch hinter mir. Das war das viel schwierigste, das war das Schwierigste. Hat es vor allem Zeit gebraucht? Ja, also ich warne auch heute davor, wenn Leute sich verändern wollen, dass sie glauben, das geht so, wie so ein Regenmantel ablegen. Jeder, der sich schon mal etwas intensiver verändert hat, aus einer Situation heraus oder aus einer Denke oder auch Handlungsstrategien, der weiß, das ist ein langer, langer Prozess. Ja, ich habe 20 Jahre ein Leben gelebt, wo Gewalt die erste Lösung war, Hass, Abwertung, ja, da kann ich mich nicht neu programmieren innerhalb von sechs Monaten, sondern das war klar, dass mindestens die Zeit auch der Deradikalisierung stattfinden muss, die ich auch in der Radikalisierung verbracht habe. Also das war ganz klar, das wird eine lange Reise und die war auch nicht mit dem Gefängnis beendet. Ich stand ja auch noch vor riesigen Problemen, wo ich auch entlassen wurde. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wenn du sagst, du bist, also du hast dich damals selber Nazi genannt oder Neonazi genannt, oder? Ja, also man selber nennt sich nicht Nazi, eher Nationalsozialist. Ich weiß, es ist eine Kleinigkeit, aber Nazi ist eine eher abfällige Bemerkung, was im Zweiten Weltkrieg aus England rüber geschwappt ist, man hat sich Nationalsozialist genannt. Aber die meisten Leute, die im Rechtsextremismus unterwegs sind, das ist keine lineare Bewegung. Ich hatte eine Zeit lang, da war ich sehr, sehr Skinhead, Bonehead affin, also sehr in der nationalsozialistischen Musikszene unterwegs. Dann hatte ich auch eine Zeit, dass ich als Heide unterwegs war, also zu Thor, Odin und so gebetet habe, mit dem Leinkleid im Wald umhergesprungen bin und so. Ja, es gibt leider keine Aufnahmen davon, ich weiß, frage meine YouTube-Community auch immer nach. Aber es ist gedanklich genauso, es ist genauso antisemitisch, genauso rassistisch, ja, sehr völkisch. Deswegen, es gab immer mal wieder Phasen. Ich glaube, eine Sache, die ich in diesem Leben im Rechtsextremismus immer hatte, das war ganz klar mein rassistisches Weltbild und mein antisemitisches Weltbild. Das andere waren dann Nuancen, je nachdem, wie ich es ausgelebt habe. Daran zielt jetzt nämlich auch meine Frage, weil wenn ich sage, du bist dann in einem gewissen Zeitpunkt, hast du erkannt, aus deiner Selbstwahrnehmung Neonationalsozialist zu sein, ist vielleicht nicht mehr der richtige Schritt und du steigst da aus, wo bist du dann politisch? Also, weil das ist ja sozusagen, wenn man nicht mehr rechtsextrem ist, heißt es ja nicht, dass du nicht mehr rechts bist oder wo fing sozusagen dieser Prozess an, wo standest du, als du aus dem Gefängnis kamst und auch, wie wirkt sich das immer noch auf heute aus? Also bist du immer noch in diesem Prozess, diese Dinge zu entlernen? Nein, also den Prozess habe ich aus meiner Sicht abgeschlossen. Der eine oder andere wird sagen, okay, er hat nicht abgeschlossen, aber da will ich jetzt gar nicht so drauf hinaus. Ich selber habe mich danach gar nicht mehr so viel mit Politik beschäftigt, das mache ich jetzt wieder beruflich. Ich halte es auch für kritisch, wenn jemand aus dem Rechtsextremismus rausgeht und auf einmal total ein Linksextremist oder ein Linksradikaler wird, das ist so, das ist so irgendwie, ja, irgendwie so Milieu wechseln, aber noch nicht so wirklich irgendwie Weltbild oder Feindbild wechseln, sondern was mir wichtig war und das war so die Hauptaufgabe, ich wollte einfach wieder Demokrat werden, ich wollte zurück in so eine gewisse Mitte. Ich weiß, das ist ein schwieriger Begriff für viele, aber ich fühle mich keiner parteinahe, ich bin ein sehr liberal eingestellter Mensch, das ist aber ohne die Partei, sondern ich lebe heute nach dem Motto, lebe das aus, was du willst, solange du anderen damit nicht auf den Sack gehst und sie einschränkst, aber Parteipolitik ist nicht so wirklich mein Thema, ich interessiere mich auf kommunaler Ebene, warum haben wir hier keine Sitzbank im Park, ja, Frau Bürgermeisterin, äußern Sie sich mal dazu, aber ansonsten halte ich mich da politisch fern, aber ich bin nicht von dem einen Extrem ins nächste gegangen. Hattest du das Gefühl, es gab da so politische Bildung, die du nachholen musstest? Also ich stelle mir das gerade vor, wahrscheinlich würde mir einfach fehlen, dass mir jemand Demokratiekurse gibt. Du bist ja verhältnismäßig jung, also jugendlich, hast du angefangen, dich in diese rechtsextremen Szenen rein zu begeben, hattest du das Gefühl, du hast alle demokratische Grundbildung schon gehabt, die man brauchte und du musstest die nun wieder ausgraben oder musstest du eigentlich komplett nochmal Sachen lernen, die Menschen wahrscheinlich so mit Anfang 20 lernen, wenn sie anfangen, regelmäßig wählen zu gehen oder sowas? Naja, also ich habe mir, das Leben hat schon, die Politik hat schon mein Leben massivst beeinflusst. Ich habe ja trotzdem Fachhochschulreife gemacht, bin dann auch wählen gegangen schon vorher und war ja auch in meiner Ausbildung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht wusste, wie Demokratie funktioniert oder welche Vorzüge das hat. Ich glaube, ich musste lernen, um zu gucken, okay, was bedeutet das? Was bedeutet die Freiheit, die wir hier haben? Was bedeutet das Grundgesetz? Was bedeutet der Rechtsstaat? Das sind so Dinge, das wieder zu lernen und zu gucken, okay, das ist der Weg. Oder dass man sagt, dass jemand dann vielleicht politisch neu gebildet werden muss und dann, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt hingeht, aber ich weiß, wie der Bundestag oder Bundesrat funktioniert oder so. Ja, also das nicht, sondern es ging eher darum, um zu gucken, okay, guck mal, kein anderes System auf dieser Welt, außer einem demokratischen System, hätte jemandem wie mir wieder eine Chance gegeben. also in Nordkorea oder sonst wo wäre ich in ein Lager gekommen, auch in der DDR wäre ich in Bautzen 20 Jahre eingesperrt worden und das sind so auch Erkenntnisse, die ich lernen musste, welche Vorzüge hat dieses System auch. Also es ging eher um die großen Fragen, nicht um die kleinen politischen Fragen, sondern um die größeren Themen ging es eher bei mir. Hattest du das Gefühl, du musst es dir oder anderen in irgendeiner Form beweisen, dass du wieder aufgenommen werden darf, dass du wieder ein respektierbarer Teil der Gesellschaft bist und auch respektierend? Ja, also sehr gute Frage, dankeschön dafür. Ich kam aus dem Gefängnis raus, dann gab es mal einen echt unfairen Taz-Artikel über mich. Ausstieg als Inszenierung oder so, hieß der ja 2017 oder so kam der raus. Der Reporter, der es geschrieben hat, wollte sich auch nicht mit mir treffen und so weiter, aber egal. Und der hat mich echt getroffen, wo ich gedacht habe, so hä, ja, also dann hieß es so, ja, der fotografiert sich immer noch beim Sport vor einem Selfie ab, ist immer noch so hypermännlich, ja, ich bin immer noch ein Typ, ja, das fand ich so ganz komisch, das hat mich echt getroffen, so habe ich gedacht, so Leute, gebt mir doch wenigstens mal eine Chance, ja, und dann, als ich um das Gefängnis rauskam, habe ich gedacht, so ich müsste jeden überzeugen, da habe ich gedacht, so, bitte glaub mir, bitte glaub mir, und dann haben mich Leute sogar angeschrieben über das Internet und haben gesagt, so, ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht, guck mal, du hast noch Tattoos und du trägst einen Scheitel, das ist immer noch ein bisschen hitlerisch, und ich würde dir aber glauben, wenn ich dich treffe und dann habe ich mich mit Leuten getroffen, die ich nicht kannte, um die persönlich zu überzeugen und da habe ich gedacht, Philipp, willst du dich mit irgendwie 82 Millionen Deutschen treffen, das sind irgendwie 150 Millionen Kaffee, die ich auch noch bezahle und Kaffee kostet mittlerweile Bonze in Lübeck, weiß ich, 350 oder so und dann melden sie nachher noch Österreich und sagen, wir wollen das auch noch mal wissen. Ist so YouTube entstanden? Aber warte, okay, und da habe ich gedacht so, und da habe ich lange drüber nachgedacht, nach diesem Artikel und diese Sachen, die ich gemacht habe, habe ich gedacht so, ich habe diese Veränderung für mich gemacht. Wenn die anderen das nicht glauben, ist mir das eigentlich scheißegal. Also, über mich darf hier heute auch keiner urteilen, nur weil er mich mal eineinhalb Stunden gesehen hat. Das ist ein Impuls, das ist heute eine, ja, also ein Mensch nach eineinhalb Stunden zu beurteilen, der hätte ja bei mir früher mitmachen können. Und deswegen habe ich dann irgendwann, wo ich wieder ein bisschen Selbstbewusstsein dazubekommen habe, habe ich gedacht, da sollen Leute nur darüber urteilen, die mich ein bisschen länger begleitet haben. Meine Familie, Freunde, Leute, mit denen ich zusammenarbeite und jetzt gehe ich da mittlerweile so ran. Nehmt das nicht persönlich, Leute, aber wenn hier jemand rausgeht und findet mich nach diesem Vortrag scheiße, so what? Also, da habe ich mir wieder so ein Selbstbewusstsein, weil ich habe diese Veränderung für mich gemacht. Nicht um anderen zu gefallen. Ich ecke auch immer noch gerne mit Sachen an. Fragt mich gerne. Ich habe zu vielen Sachen eine Meinung. Ich hatte gerade eine super Frage. Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber sehr gut. Ich habe ein bisschen der Grund, weshalb ich dich eingeladen habe. Ich habe mir nämlich auch die Frage gestellt, wie viel, wie sehr möchte ich einem ehemaligen Täter die Bühne geben? Und wie sehr kann ich vertrauen, dass das, was du sagst, eben auch irgendwie von der Seite kommt, die ich für richtig finde? Und da geht es natürlich nicht nur um meine Meinung, sondern auch um meinen ganzen beruflichen Kontext. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, weil ich das Gefühl hatte, du bist ehrlich an Stellen, wo es dich in einem schlechten Licht darstellen lässt. Und ich frage mich, hattest du manchmal den Wunsch, weil du erzählst ja total viel, total offen, auch sehr, sehr öffentlich über Social Media, von deinen Erfahrungen, auch von den Taten, die du gemacht hast. Hast du manchmal den Wunsch, zu lügen, um dich besser darstellen zu lassen? Oder war das, also wie war die Entscheidung, dass du gesagt hast, ich bin ehrlich, selbst wenn ich offen damit bin, schlechte Sachen gemacht zu haben? Auch das war ein Prozess. Ich habe ja angefangen mit so einem Selfie-Stick bei mir auf dem Balkon und ich habe nur damit angefangen. Damals, weil ehemalige Kameraden von mir und aus dem kriminellen Milieu verbreitet haben, ich bereue meine Entscheidung total. Ich würde am liebsten zurückgehen und so weiter, wo ich gedacht habe, nein, Digga, das ist gelogen. Dass ich da raus bin, war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin, ich sah, obwohl ich diese Nachricht bekommen habe, damals lag ich am Strand in Scharbeutz, wo ich in der Nähe wohnte, tut mir leid und habe ein Buch gelesen, habe ein Bier getrunken, lag da mit der Sonnenbrille und habe gesagt, nein, es war super und da habe ich gedacht, okay, ich muss da in die Öffentlichkeit und da brauchte ich auch erst wieder ein bisschen Selbstbewusstsein und ich habe gedacht, Philipp, wenn du das schon erzählst, dann erzähl alles. Es ist bis heute, dass meine Mutter mein Buch nicht gelesen hat, also sie möchte das nicht wissen, was ich alles gemacht habe, guckt doch nicht YouTube, auch meine Frau, ich habe vor zwei Monaten geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Auch meine Frau guckt YouTube nicht, weil die auch nicht wissen will, was hat mein Mann mal gemacht in seinem ersten Leben sozusagen. Es fällt mir auch nicht immer ganz leicht, also auch die Serien, die ich aufnehme, besonders wenn ich über mich spreche, da, ich nehme dann manchmal nur 30, 40 Minuten auf, da brauche ich einen ganzen Tag für, so komisch das klingt. Weil das ist so, natürlich das rausholen und zu sagen, wen man wie zum Opfer gemacht hat, wen man betrogen, belogen hat, das vor irgendwie 10, 20, 30, 40, 50.000 ins Internet zu sagen, das ist nicht ganz so einfach. Aber es war klar, ich möchte das aufzeigen, was da drin los ist, wie es abgeht, was ich erlebt habe in dieser Szene. Und dazu gehört halt auch, dazu gehört die Wahrheit über mich. Aber ich sage auch manchmal unangenehme Dinge, wie ich sage, ja, natürlich hatten wir auch gute Momente. Ich bin keiner, der sagt, das ist 100% Kacke. Natürlich hatten wir auch Feiern, wo wir zusammen waren und hatten Spaß irgendwie den Abend und haben gefeiert, gelacht und getrunken und sonst was. Aber das war minimal nachher. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, habe gesagt, wenn ich es erzähle, dann auch so ehrlich wie möglich. Und ich sage auch immer, die Erinnerung, das, was ich da erzähle, das ist meine Erinnerung. Meine Erinnerung, ich habe Alkohol getrunken, ich habe Kokain konsumiert, mein Gehirn ist natürlich auch kaputt. Ja, und jemand anderes, der das miterlebt hat, der hat das irgendwie anders erlebt. Deswegen versuche ich, das so wiederzugeben und auch mit einer Fairness, dass ich nicht mit den Fingern auf andere zeige, sondern ich versuche immer, den Finger auf mich zu halten. Es ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die ich an Menschen sehr beeindruckend finde, ehrlich zu sein mit Dingen, von denen man nicht möchte, dass die Öffentlichkeit sie so gerne über einen weiß, weil sie einem eben nicht in einem guten Licht dastehen lassen. Ich wollte nochmal fragen, in die Richtung, du sagst zwar, du wirst viel danach gefragt und es gibt nicht einen Moment, der dich ins Zweifeln gebracht hat. Aber wenn wir so einen Zweifel Kuchen backen, was sind so die Grundzutaten? Also selbst wenn das nicht so Momente waren, was sind so Faktoren, die da mit reinspielen, dass du gemerkt hast, was auch immer es ist, da funktioniert was nicht für mich. Ganz klar, also das ist jetzt ohne Wertung, was am wichtigsten ist. Ich versuche die Punkte so ein bisschen aufzuzählen. Alle Sachen im Kuchen sind am wichtigsten. Ja, also die Doppelmoral, mit der alle unterwegs sind, das ständige Gelüge, das ständige auf Wut und Aggression sein. Du stehst schon morgen mit Wut und Aggression auf. Wie soll der Tag dann werden? Es ging da drum, um gewisse Taten, die dann passiert sind. Es ist ja auch in meinem Umfeld dann ein Mord passiert. Ich wurde von den eigenen Kameraden. Es gab viel Gewalt untereinander. Das Leben hat einen aufgefressen. Der Druck der Polizei, die ständigen Hausdurchsuchungen. Ich weiß gar nicht, was ich da alles sagen wollte. Ich kriege gerade so einen Flash im Kopf. Das ist so, ist ein Mix aus, man brennt förmlich auch aus vom Extremismus. Das heißt, es waren mehr so Erfahrungen, die du einfach als Person gemacht hast, dass du gesagt hast, das ist nicht tragbar für das Leben, was ich führen möchte. Also unabhängig davon, welche Auswirkungen es auf andere hat, einfach, ich sag mal platt, dir wurde es zu viel. Oder verstehe ich das richtig? Nee. Okay, dann erklär gerne noch weiter. Also ich bin im Endeffekt, bin ich davon ausgebrannt, es wurde zu viel, ja. Man ist davon ausgebrannt, aber es war auch dieses Ganze, man hat sich selber dann irgendwann auch gesehen und hat gesagt, oh Gott, soll es das sein? Also das, was ich mit 20, bin ich mit 20 hier durch Hannover gegangen und dann hab ich gedacht, wir sind sonst was für Hengste. Ja, wenn wir mit 5 Mann durch die Gegend gegangen sind, haben wir gedacht, oh krass, was für harte Typen wir sind. Wenn du dann mit 30 um dich guckst und siehst dann nur Sozialversager um dich rum, du in der Mitte bist auch total der Idiot. Ja, das ist eine bittere Erkenntnis. Das schaffen zwar nicht alle, aber wenn man das auf einmal sieht, wo man abhängt und du sitzt da in diesem, in diesem Clubhaus da und, 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 und die Clubkasse wurde wieder geklaut und die können nicht mal, die können nicht mal mit 8 Bier bezahlen oder so, da denkst du, wenn du ein bisschen Hirn noch hast, da denkst du dir, das soll mein Leben sein. Ich finde das total spannend, weil es nicht die Antwort ist, die ich erwartet hatte. Und ich finde das total wichtig, weil das heißt, ich lerne gerade was. Weil ich habe es mir bisher ein bisschen so vorgestellt, wenn ich ganz unabhängig von den Kontexten merke, ich habe mich in irgendwas doll getäuscht, dann ist, was bei mir passiert, Panik und die Hoffnung, dass es echt keiner merkt. Also das ist so meine erste Reaktion auf Sachen und ich habe mich immer gefragt, was ist es in dir, was gesagt hat, ich habe mich getäuscht und ich versuche jetzt nicht, das zu verstecken, sondern ich versuche es zu ändern. Ich finde es einfach, jetzt ein bisschen unabhängig von dem Kontext, ich finde es einfach total der spannende und starke Moment und ich frage mich so ein bisschen, wie das passiert. Also, wie du in einem Moment, wo du merkst, ich lag falsch, sagst, daraus nehme ich jetzt die Energie, was zu verändern. Ja, das klingt so, als wenn es am nächsten Tag passiert. Ich weiß, dass es leider nicht so ist. Auch da ist das, wenn man in diesem System Rechtsextremismus gefangen ist, ist es dann auch, mit wem soll man denn darüber sprechen? Also, wir hatten jetzt keine Supervisionsgruppe, mit zuckerfreien, glutenfreien, veganen Keksen, sondern da hieß es, immer stark sein, immer funktionieren und ich hatte niemanden, wo ich mal schwach sein durfte. Also, selbst wo die Zweifel kamen, wo ich gesagt habe, ich saß im Clubhaus, da habe ich gesehen, da kommt jemand schon mit dem Auto angefahren, da habe ich gedacht, ich könnte in die Ecke kotzen. Da weißt du natürlich, da passiert was in dir. Aber bist man das, weil ich hatte nur das, dass wir reden hier über Monate oder einen Prozess über Jahre, das sich auch einzugestehen. deswegen daraus wieder Hoffnung oder Mut zu schöpfen, da reden wir wirklich über einen Sprung von Jahren. Wie sind in der Zeit Menschen auf dich zugekommen, die versucht haben, dir klarzumachen, dass du gerade in einer, ich nenne es jetzt mal platt, politisch falschen Richtung bist. Also, erinnerst du dich jetzt im Nachhinein an Menschen, die versucht haben, dir rauszuhelfen? Ja. Was für ein schöner Gedanke. Ich weiß die Antwort nicht. Den packen wir jetzt auch mal ins Walt Disney Land. Also, der Gedanke, dass ich als Neonazi unterwegs war und dann kam jemand um die Ecke und wie gesagt, mit diesem Flyer in der Hand und sagt, guck mal hier, fünf Denkstriche, hier Demokratie, top. Das gab es nicht. Also, in jungen Jahren hat es diese Versuche mit Sicherheit gegeben, aber ich habe sofort dicht gemacht. Das wird auch mitgegeben, sobald du in einer geschlossenen Gruppe bist, ist jeder, der für den Staat arbeitet, Gegner. Der ist ein bezahlter Systemling, USA, Israel. Das wird dir sehr schnell in jungen Jahren mitgegeben, dass man sofort dicht machen soll. Und ich wusste auch, als ich dann mit 15, 16, 17 meine erste eigene Gruppe hatte, da wusste ich, jeder, der jetzt kommen will, von der Polizei, von Sozialarbeiter, wusste ich, jeder will mit mir labern und will mir diese Gruppe wegnehmen. Ein Gespräch mit mir zu führen, hat überhaupt keinen Sinn gemacht auch. Das will ich jetzt nicht sagen, bei jungen Leuten immer dranbleiben bitte, bei jungen Leuten keinen zurücklassen. Ja, immer wieder arbeiten, arbeiten mit denen, aber ich wüsste nicht, was es hätte bringen sollen, mit einem 25-Neonazi-Arsch mit mir zu reden. Also, dann geht lieber los und sabbelt mit eurem Hund, anstatt mit so einem Typen wie mir. Ja, ist so. Das, weil, weil es kann, es kann nichts, der Impuls muss erst mal von jemandem kommen, überhaupt reden zu wollen. Also, es muss, nach meiner Meinung, muss irgendwie ein Riss da sein, dass der überhaupt reden will. Aber aktiv auf einen, auf einen massiv indoktrinierten Neonazi loszugehen, oh, ich dachte, das ist ein Schuss auf mich. Und, äh, ähm, den jetzt da, äh, was mitzugeben, halte ich für völlig utopisch und für Zeitverschwendung. Tut mir leid, so, äh. Das heißt, es hätte auch nichts gegeben, was dir in dem Moment geholfen hätte? Da müssen wir unterscheiden. Also, in jungen Jahren auf jeden Fall hätte es da Möglichkeiten gegeben. Da sind die Mechanismen Gott sei Dank besser geworden. Menschen, die sind achtsamer geworden für junge Leute. Ähm, auch diese Thematik, obwohl Schule viel zu tun hat gerade, ich glaube, das ist, äh, Lehrer sein ist heute gerade kein Spaß mehr. Ähm, äh, da gibt es schon Möglichkeiten, ne, aber zu späteren Zeiten nicht. In jungen Jahren hätte es das mit Sicherheit jetzt Möglichkeiten gegeben. Also, auch ich beschäftige mich immer wieder damit, Philipp, was hätte dir helfen können damals? Wenn du jetzt Menschen begegnest, die jetzt in der Situation sind, wo du damals warst, also entweder relativ jung oder eben auch schon sozusagen gefestigter in rechtsextremen Strukturen, hast du den Wunsch, was zu sagen? Also, irgendwas zu machen? Ja, also, äh, mit jungen Leuten in der Deradikalisierung darf ich ja glücklicherweise auch arbeiten oder hab da sehr viel Kontaktaufnahmen, besonders auch von Eltern, die irgendwie Kinder zu Hause haben, die sich gerade radikalisieren. Ähm, da hab ich immer das Bedürfnis, bitte geh nicht meinen Weg. Also, da versuche ich alles mitzugeben, damit dieses, damit dieses Kind nicht verloren geht. Und weil ich weiß, wenn dieses Kind verloren geht, wird es neue Opfer geben. Also, rein theoretisch ist es Opferschutz auch, ne, also es hat zwei gute Komponenten. Ähm, über Neonazis rede ich eher, ja, also die nehme ich mir eher bei YouTube zur Brust. Ähm, aber wenn sie sich melden würden und sagen, okay, wir wollen jetzt in den Austausch gehen, dann weiß ich, also der Schritt, sich bei einem Verräter wie mir zu melden, ist für viele schon, das genauso wie sich bei einem Ausstiegsprogramm zu melden, bei einem staatlichen oder sonst was, das ist schon eine Hürde für Extremisten, die ist unglaublich hoch, weil du 10, 15 Jahre den Staat als Feind hattest. Ähm, wenn sich jemand bei mir meldet, dann interagiere ich mit denen natürlich, aber ich gehe nicht auf aktive Neonazis zu und sage, ey, Digga, wollen wir mal Kaffee trinken? Wie häufig passiert es in etwa, dass sich Leute bei dir melden? Ähm, das, ich würde sagen, das ist, das ist so, ähm, fast täglich, ähm, in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen, äh, von Eltern, Betroffenen, selber Leute, die ausstiegen wollen, ausgestiegen sind, gleiche Erfahrungen gemacht habe, sei es auch aus dem Linksextremismus, habe ich ganz viele Kontaktaufnahmen, die auch Dinge berichten, die sie da erlebt haben, ich habe Leute aus dem Islamismus, die sich da gemeldet haben, habe ich auch was zugemacht, das sind ganz unterschiedlich, weil viele Leute, die irgendwie mal im Extremismus waren oder damit zu tun hatten, die haben ein Bedürfnis, das so irgendwie mitzuteilen, das loszuwerden, das irgendwie, ich kriege manchmal E-Mails, wo ich mir denke, ja, die haben da, saßen da irgendwie zwei Wochen dran, so 18 Seiten, wo ich mir denke, krass, ja, also so, die wollen ihr Herz ausschütten und, äh, die Kontaktaufnahmen sind schon sehr, sehr massiv, also, ähm, gerade, gerade die Woche hat mich wieder eine E-Mail sehr berührt, muss ich sonst in der Pause mal gucken, die ich gerade wieder bekommen habe, äh, also ich habe da ganz viele Dinge, die bei mir, die bei mir eingebrannt sind, vielleicht darf ich eine Anekdote kurz erzählen? Gerne. Ja? Müsst ihr entscheiden. Okay. Wir können sie ja so ein bisschen im kürzeren Rahmen halten, weil wir, weil wir danach noch Zeit für Publikumsfragen haben. Also, äh, bei mir hat sich jemand gemeldet, der auch im, äh, im Rechtsextremismus unterwegs war und in der Hooligan-Szene, ein massiver Gewalttäter und, äh, der sich den Content dann angeguckt hat und so weiter und dann auch dafür sich entschlossen hat, einen Ausstieg zu machen und sich zu verändern. Der hat mir dann irgendwann eine E-Mail geschrieben und hat geschrieben, ähm, Philipp, ich muss jetzt kurz berichten, ich hatte heute Streit mit meinem Nachbar am Gartenzaun, kennen wir alle. So. Und, äh, und dann hat er geschrieben, ich hatte, ich hatte einen Streit mit dem und mein Nachbar ist total der Lappen. Ja, also, ja, hat er so geschrieben, total der Lappen. Da hat er mich total dumm angemacht und, äh, vor drei Jahren wäre ich rübergegangen, hätte den Krankenhaus reif geschlagen und sonst irgendwas. Und da hat er mir geschrieben, weißt du was, durch die Videos, die ich von dir und deinem Partner konsumiert habe, bin ich ins Haus gegangen und meine Frau und meine Mutter und mein Kind waren so stolz, dass ich den habe einfach stehen lassen. Und das sind tolle Momente für mich. Weißt du, das ist einfach, das bin ich stolz auf ihn und auch auf die Arbeit, die wir machen dürfen. Es ist ja, ich meine, die Erfahrung, die du da gemacht hast, ist, also ich will sozusagen deine Entscheidung, in Rechtsextremismus zu gehen, in keiner Form entschuldigen, aber das ist ja trotzdem was, was sehr wenig Menschen nachvollziehen können. Also, wenn du mir davon erzählst, denke ich so, also, ich habe damit ja keine Erfahrung gemacht. Braucht ihr oder wünschst du dir oder hast du Austauschmöglichkeiten? Gibt es sowas wie, ich nenne es einfach mal kurz, Selbsthilfegruppen, dass Menschen sich untereinander austauschen können, die diese Erfahrung gemacht haben? Weil für euch ist ja oder für diesen Menschen ist es ja ein Riesenschritt, den Nachbarn nicht angegangen zu sein und es ist ja auch total schön, das jemandem erzählen zu können, der das entsprechend wertschätzt. Würde die Person es mir erzählen, würde ich nur denken, ganz normal, ich haue meinen Nachbarn nie. Deshalb frage ich mich, wie wichtig ist es halt auch Räume zu haben, sich darüber auszutauschen, über die Fortschritte, die du machst oder die andere machen? Ja, ist ein schöner utopischer Gedanke, ist natürlich nicht finanzierbar, nicht durchführbar. Wäre natürlich schön, wenn viele Leute, die da drin gefangen waren, immer wieder die Möglichkeit hätten, auch sich in einem Austausch zu begeben. Ich glaube, dass sowas erfolgreich sein könnte, ist aber nicht durchführbar, nicht finanzierbar. Würde ich aber für wichtig erhalten. Ich glaube, viele hangeln sich dann durch YouTube-Videos und beriesen sich. Ich gebe da auch mal viele Sachen mit, was man machen kann. Lesen ist ja auch eine ganz starke Sache, die einen beeinflussen kann. Das ist vielleicht nicht jedermanns Ding, aber das ist einfach eine Sache, die ist utopisch. Ja, das heißt, die Leute suchen sich dann eher den Weg, sowas wie dir meine Mail zu schreiben und das so informell zu machen. oder ganz anders. Vielleicht die meisten sind daran gewachsen, dass sie einen neuen Freundeskreis bekommen haben. Also das ist die größte Rückmeldung überhaupt, dass sie sagen, ich umgebe mich jetzt mit Menschen, die halt nicht mehr Gewalt als erstes Ziel haben, die nicht hassen. Und ich glaube, dass Freundeskreis und Familie da sozusagen Art auch eine therapeutische Position übernehmen können. Okay. Dann würde ich jetzt einmal mit einem Blick auf die Uhr und ich höre so die ersten Tuschel-Wortmeldungen einmal gerne das Mikrofon ins Publikum geben. Ich habe da einen sehr lieben Kollegen, der übrigens heute Geburtstag hat. Nein, bitte sag es nicht. Oh mein Gott. Er hasst es, dass ich das sage. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe eine Bitte und zwar einfach damit der Zeitrahmen nicht gesprengt wird. Würde ich bitten, dass die 60-Sekunden-Regel eingehalten wird. Also bitte eine kurze knackige Frage oder ein Statement. Nach 45 Sekunden werde ich nervös. Nach 60 ziehe ich das Mikrofon weg. Deswegen gebe ich es nicht außer Hand. Aber ich habe hier schon eine Meldung gesehen. Ich versuche mir mal fünf Meldungen zu merken. Eine habe ich hier gesehen, eine vorne, die zweite, drei, vier. Okay, es sind sehr viele Meldungen. Verzeiht mir, wenn ich mir die Reihenfolge nicht ganz merke. Ich habe mir jetzt die ersten drei gemerkt und dann gehen wir einfach durch die Reihen. Eine Sache habe ich noch, weil es ja von Philipp ganz viele Sachen im Internet gibt. Wenn ihr jetzt so fragt, in Video 360 in Minute 3 hast du das gesagt, kannst du mir da noch ein bisschen mehr zu erklären. Das ist eher eine Frage für nach der Veranstaltung. Wenn wir sozusagen alle Sachen, die Philipp schon mal gemacht hat, vorher kennen müssen, aber alles, was jetzt für alle interessant sein können, fragt es natürlich gerne. Guter Hinweis. Bitteschön. Genau, ich würde gerne noch mal Fragen zur ideologischen Reflexion und auch der Frage des Begriffes der politischen Mitte, der sie sich jetzt zuordnen. Also heute kam ja die Friedrich-Ebert-Stiftungs- Ergebnisse raus mit 8 Prozent der Deutschen haben ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild, die sich als sogenannte Mitte bezeichnen. Und mir ist, glaube ich, die Abstraktion so ein bisschen zu klar, dass wir über so ein abgeschottetes Phänomen irgendwo am Rand sprechen, was eine organisierte neonazistische Szene mitunter ist. Ich würde aber sagen, die extremen Rechte ist ja ein Phänomen der breiten Gesellschaft, wie diese Studie zeigt und wie die Grundlage dafür sind Einstellungen und Ideologien. Und da würde mich quasi Ihre Perspektive an der Stelle interessieren. Ich kenne die Studie jetzt nicht. Also da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, weil wir müssen differenzieren zwischen rechts, rechtsradikal, rechtsextremen und Neonazis. Das ist nicht, das... Okay. Ja, also jemand, der rechtsextreme Weltbilder hat, gehört für mich nicht zur Mitte. Ich würde den exkludieren, wieder aus der Mitte, aus der demokratischen Mitte. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu jetzt antworten soll. Also für mich ist jemand, der rechtsextremes Weltbild hat und sich selber als Mitte bezeichnet, gehört für mich nicht zur demokratischen Mitte. Ja, aber trotzdem können ja 8% auch nicht zur demokratischen Mitte gehören. Wenn die sich selber exkludieren aus der Gesellschaft und sagen, wir sind rechtsextremen, wir sind Neonazis, würde ich definiere ich meine politische Mitte anders. Genau, ich glaube, ich würde jemand davon sagen und vielleicht daran anknüpfen, die Frage der Reflexion, also ihre eigenen... Ich halte das Mikrofon nochmal hin, damit sie auch auf der Aufnahme ist, aber vielleicht die Frage wirklich klar formulieren, damit auch die Antwort klarer ist. Dann knüpfe ich an, die eigene ideologische Reflexion an 20 Jahren gelernter Muster, gelernter Wahrnehmung, wie die erfolgt ist und was quasi daraus auch der Schluss wäre auf das heutige Gesellschaftsbild, weil es passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern anknüpfend an gesamtgesellschaftlich geführte rassistische Debatten, antisemitische Debatten, in deren Spektrum sich das Ganze bewegt. Ja, also meine ideologische Reflexion war natürlich erst mal professionell begleitet von dem Psychologen, was ich kurz vorhin angedeutet habe und das war das, was ich vorhin auch angedeutet habe, ist diese Deradikalisierung hat stattgefunden, erst mal in der professionellen Begleitung und nachher in den neuen Begegnungen mit Menschen, die ich erleben durfte. Ja, also es hat immer wieder mit Begegnungen bei mir zu tun und wir reden hier über einen Prozess, der mittlerweile zehn Jahre läuft. Ja, und das ist das, was ich Leuten auch mitgebe, wenn sie sich deradikalisieren. Ich gehe selber immer noch freiwillig zu Retreats, zu Gesprächen, in der Supervision, um dieses aufzuarbeiten, weil ich glaube, das gehört als ehemaliger Extremist dazu, sich immer wieder auch mit seinen ehemaligen Gedanken auseinanderzusetzen. Ist das so in die Richtung? Ansonsten gerne nach der Veranstaltung nochmal dran anknüpfen, damit noch mehr Fragen dran kommen. Jetzt warten wir noch noch, der zweite Teil war, achso, okay. Genau. Die Antwortlänge ist auch perfekt, weil wir sehr viele Meldungen haben. Hier war eine, hier. Achso, verstehe ich. Philipp, mit einem Klischee hast du schon mal gründlich aufgeräumt, nämlich, dass ich hatte mit den Rechtsradikalen immer unterstellt, dass sie meistens zu blöd sind, den Weg aus Klo alleine zu finden. Nun ist es aber so, dass du deutlich nicht zu dieser Fraktion gehörst und jahrelang dabei geblieben bist. Hast du deinen, wie soll ich mal sagen, deine intellektuellen Fähigkeiten jahrelang unter den Scheffel stellen müssen oder hat es im Gegenteil dazu geführt, dass du sofort in der Hierarchie aufsteigen konntest? Also ich selber bezeichne mich nicht unbedingt als intellektuell, ich bin so Bauernschlau vielleicht ein bisschen. Ja, also du darfst ja nicht vergessen, die Milieu, in denen ich unterwegs war, war Bildung nicht Priorität, sondern Rassismus, Antisemitismus, Hass und Gewalt ausüben, dafür braucht man nicht viel können. Und wenn du dann ein bisschen blitsch bist, dann kannst du diese Menschen auch teilweise mit weniger Fähigkeiten dementsprechend führen und manipulieren. Das heißt, dafür brauchte man gar nicht so viel, weil das Klientel, mit dem ich wirklich teilweise zu tun hatte, war sehr einfach, aber auch hier gebe ich eine Warnung raus. Also wer auf die rechtsextreme Szene guckt oder auch auf jetzt neue rechtsextreme Strömungen, die massiv an der Demokratie rütteln, das sind keine Idioten. Das sind hasserfüllte, ja, Rassisten und Antisemiten, aber die haben lange Strategien. Ich sorge mich darum, dass man da drauf guckt und sagt, dass die sind doof und die kriegen wir schon wieder eingefangen. Das ist leider nicht so, sondern da sind wirklich Ideologen dabei, die leider auch ganz schön clever unterwegs sind zurzeit. Die nächste Frage. Hallo Philipp, erstmal bedanke für deine offenen, ehrlichen und direkten Worte. Ich finde es super. Ich habe so eine ganz direkte Frage, die nicht in deiner Bio verankert ist, sondern wenn du die Frage beantworten möchtest, der aktuelle Fall Aiwanger, weil es geht um diesen Transformationsprozess und der würde mich insofern interessieren, weil ja, du weißt, die Historie seines Flyers und dem, was er sonst auf der Bühne so sagt. Wie betrachtest du das mit deinem Background, mit dem, was er tut, wie er tut, wenn du dich dazu äußern möchtest? Oh ja, ein ganz schwieriger Fall. Also ich finde es grundsätzlich, fand ich es jetzt erstmal kritisch, dass es danach Aufwind gab. Ja, also das ist, das hat mich auch erschrocken danach, dass man sagt. Nein, nein. Ich habe gedacht, das geht eher in die andere Richtung. Das zeigt, glaube ich, gerade so, dass Menschen dafür echt anfällig sind, so gegen Medien, gegen die da oben irgendwie so. Das ist so das, was da von mir hängen geblieben ist. Es ist ein übles Blatt, das da rausgegangen ist. Auch ihm würde ich eine Veränderung zugestehen, aber ist sie wirklich passiert? Aber da kann ich, weil ich da keinen persönlichen Einblick drin habe, kann ich dazu nichts sagen. Aber ich glaube leider, dass ihm das eher was genützt hat. Und ob da wirklich sagt, ja, das war so Lausbubenstreich oder was da so gesagt worden ist, boah, tue ich mich auch schwer mit. Bitte nicht nachlegen, wenn ich hier hinten mit dem Mikrofon bin. Vielleicht einfach nochmal, weil wir reden heute nicht über Aiwanger, sondern über Philipp. Schwierig. Direkt vielleicht auch Philipp nachher nochmal zugehen. Ich nehme einfach die nächste Frage, weil gerade das Tempo ganz gut ist. Ja, sorry. Ich habe so eine kleine Identitätsfrage. Und zwar hast du vorhin gesagt, dass deine Frau sich die Videos nicht anguckt, weil sie nicht wissen will, was in deinem vorherigen Leben war. Siehst du dich selber als wie so zwei Personen, also dein altes Ich und dein neues Ich, oder siehst du das als Teil deiner Identität? Und wenn, wie willst du gesehen werden? Also meine Frau kommt natürlich auch mal mit zu vordringen, die weiß schon das Grobe. Sie will halt nicht alles ins Detail wissen, wenn ich irgendwo was gemacht habe, will sie nicht die Details wissen. Also sie weiß schon Bescheid darüber. Ich persönlich, ich habe im Gefängnis, habe ich so über mich in der dritten Person gesprochen. Ich glaube, dann wird es schon kritisch. Da hat der Psychologe auch zu mir gesagt, hat gesagt, Herr Schlaffer, bitte spalten Sie jetzt nicht Ihre Persönlichkeit. Wir haben schon genug Probleme. Und ich musste dann erst wieder lernen, darauf zu gucken und mich selber da zu akzeptieren. Das war ein Prozess. Das ist auch heute so, wenn ich teilweise alte Videos und Bilder von mir sehe, da denke ich so, das ist eine andere Person. Aber ich habe das gelernt, das zu akzeptieren, dass das mein Leben war, dass ich das war. Das sind die Taten, die ich gemacht habe. Das sind die Dinge, die ich gesagt habe. Das gehört so mit dazu. Und dann war der zweite Teil, wie ich... Wie du gesehen werden willst, also ob das auch so ein Ding ist, dass andere sollen das so sehen. Nee, das ist mir scheißegal, wie die Leute mich sehen. Also das kann ich wirklich sagen. Also wenn Leute hier rausgehen und sagen, sie wollen mich reduzieren auf das, was ich früher gemacht habe oder einige sagen, nur toll, ist mir wirklich egal. Ich möchte heute... Am liebsten wäre es mir, das sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich von euch mit zehn Leuten beim Italiener sitzen würde, würde ich einfach gerne nur als Philipp gesehen werden. Ich möchte dann nicht über mein altes Leben sprechen, ich möchte nicht über Politik sprechen, ich möchte dann einfach wieder nur mal Philipp sein. Ich muss mich an dieser Stelle schon mal präventiv entschuldigen. Es sind so viele Meldungen. Ich glaube, da brauchen wir eine Stunde für. Ich nehme jetzt einfach noch mal querbeet dran, aber bitte in der Kürze die Fragen, damit so viele Fragen wie möglich drankommen. Also ganz kurze Fragen stellen, bitte. Achso, achso. Ja, es hörte sich vorhin so an, als wäre der Aufenthalt im Gefängnis so die Zäsur gewesen. Der Spiegel, der dort hing, der hat dich dann im Grunde doch noch kritischer werden lassen. Stimmt das, dass die Strafe, also das Gefängnis letztlich dann doch eine große Rolle, positive Rolle gespielt hat. Und dann wollte ich noch wissen, ob die Szene in den letzten Jahren größer geworden ist oder ob es nur einzelne sind, die im Grunde extremer werden. Und das, was dann in den Medien transportiert wird, könnte dann natürlich... Ja, ich habe die erste Frage jetzt schon wieder fast vergessen. Das Gefängnis. Das Gefängnis, ja, das geht in meiner Geschichte so ein bisschen unter. Ich habe meinen Ausstieg bekannt gegeben im Januar 2014 und wurde erst im Juli 2014 verhaftet. Ich habe diesen Ausstieg selber ein halbes Jahr lang vorangetrieben, aber ohne Hilfe, ohne mein Weltbild zu überarbeiten, ohne irgendwas, sondern Hauptsache raus. Und das Gefängnis hat es professionalisiert, nenne ich es mal so. Ja, da war ich abgeschottet von allem. Und wenn man erst mal 23 Stunden in der Zelle mit sich selber eingeschlossen ist und du findest dich selber kacke, das macht was mit dir. Also, das hat es eher vorangetrieben, aber der Ausstieg im Puls, der kam ein halbes Jahr früher. Ich war ein halbes Jahr vorher ausgestiegen und wurde dann wegen alten Straftaten ja nochmal verhaftet. Zweiter Teil der Frage, ob die Szene größer wird oder ob es Einzelne sind. Das ist meine Warnung. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit der Szene. Ich glaube, die nationalsozialistische Musikszene, die klassische, die man als Neonazis optisch erkennt, glaube ich, ist rückläufig, würde ich sagen. Das, was ich sehe, ist halt, dass viele Teile, kommen wir wieder hier zur Mitte der Gesellschaft, dass viele Leute, die sich selber, glaube ich, als Mitte bezeichnen, rechtsextreme Sprüche und Haltungen annehmen. Da, glaube ich, sehen wir einen Zuwachs. Ich habe gestern oder so in irgendeinem Nachrichtmagazin gesehen, habe ich die Karte gesehen, wie gewählt wird, ganz Ostdeutschland, fast blau, statt ein CDU-Landkreis, glaube ich, oder so. Ich glaube, die Zunahme haben wir massiv da. Also ich bin viel in Ostdeutschland unterwegs. Ich sorge mich selbst, wenn ich da hinfahre. Ich bin ein absolutes Feindbild von Rechtsextremisten. Ich muss mir da überlegen, ob ich poste, wo ich bin. Das habe ich in Hannover vorher gemacht. Wenn ich in Ostdeutschland unterwegs bin, mache ich das nicht. Also da ist eine Veränderung und es verschiebt sich und das ist schon anders. Erstmal Lob von meiner Seite ans Publikum. Die Fragenlängen sind perfekt. Weiter so bitte. Relativ kurz. Du hast gesagt, als ich beschlossen habe, dass ich wieder zur Gesellschaft gehören will. Was ist passiert, dass du das beschlossen hast? Ja, das klingt jetzt auch so, als wenn ich das, ich wollte, wie soll ich das sagen, das ist so ganz schwer, weil diese Momente sind, im Gefängnis auch und nach diesen Therapiegesprächen, ich wollte ja leben. Ich habe diese Lebenslust verloren und ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Habe ich irgendwie gewusst, es geht nur darum, ich will neue Leute kennenlernen, ich will wieder in einen Sportverein, ich möchte auch wieder mit normalen Leuten sitzen, grillen, Gin Tonic trinken, losgehen, auf Konzerte, mich austauschen. Das war eher die Motivation, ich möchte wieder glücklich werden. Das stand da drüber. Und das war mir klar, das geht irgendwie auch nur, wenn ich irgendwie am gesellschaftlichen Leben wieder teilnehmen darf. Ja, ja, ich hatte ja, ich hatte, ich habe meinen 39. Geburtstag draußen gefeiert mit null Freunden und das, vorher habe ich Geburtstag gefeiert mit 500 Leuten im Clubhaus. Also das ist schon eine große Fallhöhe für jemanden. Kurze... Also da wusste ich, ich muss wieder was tun, um wieder neue Freunde zu finden, was ja auch nicht toll ist. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich sage zu irgendjemandem, Mensch, wir verstehen uns gut hier beim Tischtennis spielen, ich bin ganz gut da drin und ich sage so, Mensch, wollen wir danach eine Pizza essen gehen? Und der sagt, Mensch, ich habe da ein paar Tattoos gesehen, wer bist du nicht? Ich sage, Philipp Schlaffer, Googlemeier, toll. Also das gab schon auch Probleme und da hatte ich Angst und Sorge vor. Kurze Rückfrage an Maggie, wie viel, weil es sind so viele Fragen, ich glaube, du könntest gleich Feierabend machen, deswegen, wie viele Fragen möchtest du noch zulassen? Noch drei bitte. Noch drei. Und ich entschuldige mich zum zweiten und hoffentlich vielleicht noch zum dritten Mal, dass ich nicht alle dran nehmen kann. Aber hier habe ich eine Frage, da sehe ich jetzt eine zweite und eine dritte und alle anderen, die sich gemeldet haben, bitte verzeiht mir, aber ich mache hier erstmal was. Hast du Angst vor Rache und wie oft kam es schon zur Situation, wo du denkst, oh, das war brenzlig? Auch da möchte ich ehrlich zu euch sein, auch heute durch Hannover laufe ich natürlich mit einem offenen Auge. Also das ist so, ehrlich muss ich sein, auch hier hatte ich Verbindungen zu gewissen kriminellen Strukturen, für die ich auch und auch hier gab es, auch hier gab es reichlich Leute, die in einer alten Platten-Anna-Szene waren, die gerne mir, mit Sicherheit einen Kopf abschlagen wollen. Ich bin heute mit sehr offenen Augen durch Hannover gegangen. Das ist aber, den Preis, den ich zu zahlen habe, der ist relativ gering, trotzdem bin ich achtsam. Also es ist schon so, dass meine Frau mir schreibt, so wenn ich das Auto wegparke, ist es schon manchmal die Idee, dass es Leute gibt, die mich da angreifen wollen. Es gibt viele Drohungen über das Internet. Es hat zwei halbherzige Angriffsversuche mal gegen meine Person gegeben. Ich bin ein bisschen achtsam damit, was ich mache und was ich tue. Ich fühle mich trotzdem relativ sicher, aber ich bin sehr achtsam und wachsam, nenne ich es mal so. Aber die Möglichkeit, dass Leute die Chance nutzen wollen, die ist schon gegeben. Und die nächste Frage. Ich bin Lehrerin in einer berufsbildenden Schule und hatte jetzt den Fall, dass ein Schüler von mir schon 30, also nicht mehr der junge Typ, von dem du eben gesprochen hast, wo man auch helfen kann, der auffällig wurde, mehrfach sich auch zu seiner rechtsextremen Gesinnung bekannt hat, mehrfach missgebaut hat, dann eben letztlich von der Schule geflogen ist. Und ich habe mich total machtlos gefühlt, weil es gab an der Schule keine Strukturen. Ich bin nicht ausgebildet in dem Bereich. Es ist kein Fall, der häufig auftritt. Was kann man tun, damit man nicht diese Person verliert, weil ich ihn nie wieder gesehen habe jetzt und das Gefühl habe, der ist jetzt einfach, macht genauso weiter. Wow, ich glaube, ich glaube, hier hat vorhin ein Ausstiegsprogramm auch einen Flyer verteilt. Ich glaube, dass man sich immer wieder an eine professionelle Stelle auch wenden kann, um zu gucken, okay, was können wir tun, können wir beraten, bei sein. Ich kann es aus meiner Sicht nur sagen, lass es nicht so nah an dich ran. Das ist ein 30-Jähriger, der selber entschieden hat, einen Arsch zu sein. Natürlich kann man da immer wieder Hilfe anbieten, aber wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Ansonsten, glaube ich, gibt es ganz viele tolle Vereine, auch hier in der Region, ich glaube, das Wort verteilt, Distance, glaube ich, hat das verteilt hier. Ich glaube, da kann man sich hinmelden, es gibt staatliche Ausstiegsprogramme, da mal anrufen und sagen, Mensch, wir haben da hier gerade so einen Fall, weil viele denken, das ist so ein Anschwärzen. Ja, also so, oh Gott, das geht gleich zum Verfassungsschutz und gleich kommt das SEK, Hubschrauber und dann ist er weg aus dem Klassenzimmer. Aber das hat auch oft beratende Funktionen. Ja, da kann man sich hinwenden und sagen, ich bin gerade mit was überfordert oder das und das haben wir, was können wir tun? Und da gibt es Unterstützungsmechanismen, ich würde den Weg vielleicht wählen, aber lass es nicht so nah an dich ran. Manchmal wollen Leute einfach auch lost gehen. Und die letzte Frage aus dem Publikum. Ja, als es um die Frage ging, was denn so die Faktoren für deinen Austritt waren, hast du vor allem deine persönlichen Probleme angesprochen und nicht so eher die Moral und Werte an sich. und da habe ich mich gefragt, ob du dich erinnert hast, wann du dich erinnert hast und ob halt erst mal so deine persönlichen Probleme im Vordergrund standen. Darf ich kurz deine Frage richtig verstehen? Also du bist nicht ausgestiegen, Philipp, weil du aufhören wolltest, andere zu verletzen, sondern weil es erst mal um dein eigenes Glück ging. Habe ich dich richtig paraphrasiert? Okay. Ja, darf ich fragen, ab bist du im pädagogischen Bereich? Bist du im pädagogischen Bereich unterwegs? Nein, schade, Vorurteil nicht bestätigt. Ja, na klar, wäre das ein schöner Gedanke. Ich komme nach Hause und erkenne, Hass ist blöd. Ja, alle Menschen sind gleich. Demokratie, die Vorzüge. Das ist ein schöner Gedanke, der mir aber nicht begegnet in meiner Arbeit. Es geht meistens, die meisten Leute sind irgendwann enttäuscht, weil sie selber was getroffen hat. Weil sie selber irgendwas erlebt haben, wo sie enttäuscht wurden von Gruppe oder sonst irgendwas. Das Weltbild spielt meistens die zweite Rolle. Aber meine Wahrnehmung, es wurde heute mehrmals betont, das ist meine Wahrnehmung, mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, die arbeiten immer als zweites. Ich kenne auch viele Ausstiegsprogramme, die setzen sich auch nicht in der ersten Sitzung hin und sagen, erzähl mir mal dein Weltbild. Sondern die Arbeit, wenn jemand der aussteigen will, da musst du erstmal Beziehungsarbeit machen und so. Erstmal, dass der dir vertraut, der hat so lange Ablehnung gegen den Staat gehabt. Und bei mir war das auch so. Ich war enttäuscht, alle anderen waren doof. Und erstmal war ich nur bei mir. Darum ging es und das Weltbild war, das war noch so weit weg, das zu überarbeiten, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, wo ich da raus bin. Da habe ich gar nicht gedacht. Das haben alle anderen gesehen und haben gesagt, ja, was ist mit deinem Menschenfeindlichkeitsbild? Ja, habe ich gedacht so, ja, aber ich bin doch jetzt schon mal ausgestiegen. Also, das spielte für mich gar keine Rolle. Es waren nur persönliche Gründe. Das war die letzte Frage, Maggie. Ich habe nämlich auch noch Fragen. Aber nicht mehr so viel. Genau, es waren jetzt schon drei. Wir haben jetzt, ich würde jetzt bald sozusagen zum Ende kommen. Ich freue mich total gerne, total, wenn ihr einfach bleibt und eure Fragen noch stellt. Und noch ein anderer Hinweis. Ich weiß, es gibt total viele Fragen im Raum. Und wir werden halt unter anderem auch einen Podcast mit einem Ausstiegsprogramm, also professionelle Ausstiegsbegleitung und Beratung aufnehmen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die total auf dem Herzen brennen, ihr habt bestimmt Zugang zu unserem Instagram-Account, zu unseren Mail-Adressen. Ihr könnt mir super gerne auch Fragen stellen. Also schickt mir die Fragen und ich versuche sie mit in den Podcast aufzunehmen, weil ich bin mir sicher, die Fragen sind auf jeden Fall wichtig und richtig und ich würde sie gerne noch mit behandeln. Ansonsten, genau, gibt es ja gleich im Anschluss noch die Möglichkeit, einfach miteinander ein bisschen zu diskutieren, vielleicht auch Philipp noch Fragen zu stellen. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine ist, du meintest vorher zu mir, wir sollen ruhig auch unangenehme Fragen stellen. Und ich merke, unangenehme Fragen sind nicht mein Metier. Da bin ich nicht so gut drin. Und deshalb frage ich mich, gibt es eine Frage, von der du weißt, aus deiner Erfahrung, sie steht im Raum und man traut sich nicht, sie richtig zu fragen. Boah, nee, kann ich nicht. Es ist so immer diese, also es ist so diese Verortung, glaube ich, wo stehe ich jetzt? Also die Leute wollen gerne so eine genaue Erklärung, wie ich heute auf Menschen gucke oder was ist die politische Denke, wo ich sage, okay, das kann ich gar nicht so greifen, weil ich das so, ich sehe das eher in einem größeren Kontext, in so einem Metabereich sehe ich das eher so und dass manche Leute sich da nicht so ganz wohl mitfühlen, wenn ich so spreche, immer so nur Demokratie und Mitte, wo ich mich dann so befinde, aber das ist für jemanden wie mich halt wichtig, sich da zu fordern und sich auch nicht so festzulegen, weil ich bin an keiner Partei gegrübt, ich gehüpfe mal von eher links, dann auch wieder ins Konservative, ein Misch da draus, ich habe, glaube ich, ein paar Mal gewählt, wo die Leute sagen, okay, der hat sich irgendwie vertan und das ist so eine Sache, die dann manchmal kommt, aber ich kann das gar nicht so sagen, ich nehme gerne noch eine kritische Frage aus dem Publikum, wenn jemand sagt, ich habe hier eine richtig kritische, bitte Attacke, machen wir eine Ausnahme, oder? Gibt es eine richtig kritische Frage aus dem Publikum? Nee, ich möchte gerne eine sich meldende Frage. Also die muss dann knallen, jetzt die Frage. Philipp muss vom Stuhl fallen fast. So eine Frage muss das sein. Trotzdem nur 60 Sekunden, bitte. Okay, okay, kurz und knackig, eine Knallerfrage. Also es geht mir jetzt schon die ganze Zeit im Kopf rum, weil sie vor einiger Zeit gesagt haben, sie haben sich selber vergeben und ich finde, da steht ihnen nicht zu. Ich finde, der Einzige, der vergeben kann, ist das Opfer und nicht sie. Ich finde das anmaßend. Ja, da kann man, glaube ich, lange drüber diskutieren und zwar ist es erstens so, dass ich mich mit meinen Opfern getroffen habe und es war für alle meine Opfer war es sehr versöhnlich. Auch dazu habe ich ein Video bei YouTube gemacht mit zwei meiner Opfern, die sich dann auch vor die Kamera gesetzt haben, was erzählt haben, was ich denen angetan habe und was das mit denen gemacht habe und sich jetzt mit mir zu treffen. Ich selber habe das auch nicht geglaubt, dass ich mir selber vergeben könnte, sondern dieser Impuls ist von außen gekommen mit den Leuten, mit denen ich im Gefängnis gegeben habe. Ich habe auch nicht gedacht, dass das selber für mich geht. Ich habe auch gedacht, ich muss ein Leben lang jetzt mit mir mit einem Rosenkranz morgens auf den Rücken schlagen, mit dem Rücken blutig schlagen. Würden sie vielleicht wollen, wenn es ihnen damit besser gehen würde. Aber die Frage ist, die Frage ist und diese Frage konnte ich mir selber auch nicht beantworten, die hat der Psychologe für mich beantwortet. Und der hat gesagt, Philipp, nutze jetzt die Zeit im Gefängnis und sei sauer auf dich. Ja, ich habe mich selber gehasst. Ich meine, was muss dazu führen, dass man Lebenslust verliert und einen Spiegel abhängt. Das meinen Sie, wie viel Selbsthass ich hatte. Und dann hat er gesagt, nutz die Zeit und sei sauer auf dich. Setz dich damit auseinander. Schreib die Briefe. Setz dich dahin. Entschuldige dich. Aber er hat gesagt, wie soll dein Leben aussehen, wenn du jeden Morgen aufstehst und in den Spiegel guckst und anfängst, dich wieder zu hassen die nächsten 20, 30, 40 Jahre? Wie willst du wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wenn du jeden Morgen mit Reue und Schuld aufstehst? Und das leuchtete mir ein. Ich brauchte da jemanden an der Hand und der hat mir gesagt, es gibt jetzt die Zeit für Reue und Schuld und Entschuldigung, aber irgendwann musst du dazu übergehen, dir auch selber zu verzeihen und nach vorne zu gucken und glücklich wieder in die Zukunft zu gehen. Und das hat mir geholfen. Und deswegen, ja, ich bleibe dabei, ich habe mir auch selber vergeben. Ich glaube, ich habe nicht gesagt, nur ich habe mir vergeben, auch viele andere haben mir vergeben. Und daher, ja, ich habe mir auch selber vergeben. Und da bleibe ich auch dabei. Ein Hinweis, ein Hinweis an der Stelle, falls Menschen im Publikum sind oder sich das später im Internet angucken, die selbst betroffen sind von rechter Gewalt, die Menschen im Umfeld haben, die getroffen sind von rechter Gewalt und Unterstützung brauchen. Es gibt die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Und ich würde euch bitten, wenn euch davon gerade was belastet und ihr eine Form von Aufarbeitung braucht, bitte professionellen Kontakt aufzunehmen, weil es gibt dort Angebote für und Betroffenenhilfe ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich habe eine Abschlussfrage, bevor wir sozusagen zu den Getränken übergehen. Und zwar ist ein Teil, den wir immer in unseren Veranstaltungen oder Podcast-Folgen behandeln, auch immer, was können wir tun, was kann ich tun, jede Person. Du hast schon gesagt, Menschen, die tief in Rechtsextremismus stecken, anzusprechen, bringt nichts, da kann man nicht viel machen. Aber trotzdem, was sind vielleicht aus deiner Erfahrung Faktoren, die, wenn man angefangen hat, umzudenken, es leichter machen, dazu zu lernen, im Bereich auf Werte, im Bereich auf gesellschaftliche Werte, dazulernen. Also, was kann auch die Gesellschaft machen, um Menschen, die wirklich zeigen, dass sie sich verändern wollen, zu unterstützen? Ich glaube, ganz einfach ist, ein ganz einfaches Handreichen, so einfach das klingt, ein Extremist, der raus möchte, egal aus welchen Strukturen, hat Angst, dass Gesellschaft ihm keine Chance gibt. Ich wiederhole mich da. Man kann gerne mal die Hand reichen, man darf auch gerne kritisch sein. Man muss nicht gleich die Hand reichen und hier ist der Autoschlüssel, meine Kreditkarte und mein Haustürschlüssel. Aber zumindestens, wisst ihr, ich habe, ich hatte sogar Sorge, dass mich ein Verein nicht aufnimmt, wo ich Tischtennis und Fußball wieder spielen wollte. Der Verein hat sich heimlich getroffen mit 300 Mitgliedern, ob man so einer Person wie mir die Möglichkeit geben könnte, in dem Verein aktiv zu werden. Und da war Gott sei Dank ein Präsident in diesem Verein und hat gesagt, wenn wir als Verein das nicht leisten, Menschen eine Chance zu geben, die sich verändern wollen und wieder am gesellschaftlichen Teilzunehmen, dann sind wir als Verein überflüssig. Und dieser Verein hat mir die Chance gegeben, das sind heute mit meine ältesten Freunde in meinem neuen Leben, die ich dort in diesem Verein kennengelernt habe. Und ich glaube, dass wir auch aufpassen müssen, nicht jeder, der mal, ich nenne es mal was Doofes, ich weiß, das hören Leute hier vielleicht nicht so gerne, ja, mal was Antidemokratisches sagt oder was Herablassendes und so weiter. Lass uns den nicht gleich stigmatisieren und aufgeben, weil das ist das, was Rechtsextreme und Rechtsradikale gerade wollen. Die sagen, guck mal, dann komm zu uns, dann komm zu uns. Wenn du da nur Ablehnung erfährst, weil du mal das und das sagst, dann werden die da mit offenen Armen empfangen. Man kann eine Stoppkarte setzen und sagen, guck mal, du darfst gerne wütend sagen und das und das nicht sagen. Das mache ich auch, dass ich dann sage, aber nur ausgrenzen und wegschieben, dann werden sie bei rechts aufgenommen. Und deswegen glaube ich, man muss dann aufpassen und sagen und versuchen, die auch da wieder zu kriegen und nicht dann rechts zu wählen, darüber zu sprechen, aber jeden zu stigmatisieren und jeden auszugrenzen, das wird die Reihen der Rechten stärken und füllen leider. Hast du noch was Abschließendes auf dem Herzen, wonach ich dich gefragt habe? Nein, also ich versuche gleich mit jedem irgendwie in den Austausch zu gehen, der das gerne möchte. Wie gesagt, ich kann es nur sagen, gebt den Leuten eine Chance da draußen, die wissen teilweise nicht, wo sie hin sollten. Das hatte ich auch. Ich versuche das auch mit nach draußen zu geben. Es wäre schön, wenn alle da ein bisschen nur ein bisschen was für die Demokratie machen müssen, nicht so wenige, so viele machen. Vielen lieben Dank für die Chance, dass ich überhaupt hier sein durfte. Ich weiß, hier gibt es mit Sicherheit einige Antipathien gegen mich. Falls jemand auch in Austausch danach gehen möchte, ich biete das gerne an, darf sich gerne über Social Media melden oder E-Mail oder mich anrufen, wobei ich hasse, telefonieren. Aber es gibt da nichts, dass ich sage, ich scheue mich da an der Diskussion oder sonst irgendwas, darf sich gerne melden und dann beantworte ich das auch noch alles. Dann danke ich dir für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Ich danke euch für eure Zeit und die Fragen. Ich würde mich freuen, mit euch gleich noch irgendwie ein Getränk zu trinken, in Austausch zu kommen und gebt uns gerne, wie gesagt, Fragen, gerne auch kritische Fragen für die Podcastaufnahme, weil wir möchten das Thema eben aus möglichst vielen Perspektiven behandeln. Danke und einen schönen Abend noch. Dankeschön. Applaus 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 Applaus